So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2, direkt im Anschluss aufgenommen, voll korrekt, live und korrekt, man. So, hier ist wieder die Slave-Skilde, ich hab das Radio natürlich nicht gefunden, warum denn noch? Und hier sind vier zu viele Leute. Bist du Sucht und Erhaltung, wieso? Ich möchte, woher kennst du deine Mutter? Kann man mit dir tauschen, dann eben nicht, du Arschgesicht. Kann man mit dem eigentlich tauschen? Ich weiß es nicht. Tauschen, oh, mit dir kann man tauschen, ist ja, guck mal, das Blümchen, aber du bist ein zarter Mann, ja, dachte ich mir schon. Heilpulver brauch ich nicht zu sehr, Dankeschön. Ja, ihr seid sehr großzügig. Tschüss, du Wichskrüppel. So, speichern wir mal. Vielleicht können wir dich ja um irgendwas erleichtern, weiß man ja nicht. Weißt du, wir neifen, weißt du? Ey, lass uns mal neifen, okay, wir neifen eine Runde. Dankeschön, jetzt hast du schon mal keine Muni mehr. Ich will eigentlich auch noch so einen scheiß Dimpact haben, ne? Das braucht er doch gleich hier nicht mehr. Abgezogen. Ach, Göttchen. Erstmal vor Freude gelten. Ja, mit Gewehren kommt er einfach mal vonderschön klar. Müssen wir in die Pistole nehmen. Ist hier auch nachgeladen. Einmal nachladen. Dankeschön. Und Kampf beenden. Kampf, der nie wirklich stattgefunden hat. Ähm. Ja, man kann ja nie zu oft sprechen, ne? Oder kann man das? Weiß ich nicht. Hallöchen, möchtest du mir ein Stim-Back geben? Du hast nur Geld, du armer Schlucker. Ach ja, was hast du so schönes bei dir? Gar nichts. Das ist ne Abwechslung. Aha, Geld. Das ist ja toll. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, gar nichts. Das ist toll. Echt jetzt? Gefällt mir. Gib ein Like auf Facebook. Wieder nur Geld. Geld, Geld, Geld. Alle haben sie nur Geld. Ich will einen Begleiter haben. Der steht dann vielleicht wieder vor mir. Ach, guck mal. Yucca-Cola. Toll. Ja, das kann man doch mal mitnehmen, ne? Den Touristen. Kann man die auch erstellen, eigentlich? Nö. Das ist ja nichts. Der Fettarsch hat ja nichts. Mein Gott. So. Hört Ihnen aber was Schönes dabei. Ah ja, Patron. Das ist jetzt auch nicht so das wahre, ne? Nur Munition. Das ist ja echt grandios. Toll. Ja, das ist ja eine gute Ausbeute, muss ich ja mal sagen. So, heute haben wir einen Koks dabei, den Touristen. Mitmacht der Schönes. Information. Also, wer hat eine Fettmitsetzung? Man kann schon keine wahrscheinlich militärischen Ursprung. Soll das Gefechtspotenzial der Soldaten erhöhen? Das ist schön. Das könnte man auch mal rauchen. Oder so. Ja. Schnaps und Bier. Schnaps und Bier. Gammagoldbier. Aha. Es glüht im Dunkeln. Dann ist ja bestimmt sehr lecker. Aha. Na gut. Dann frisst man hier Stimpak. Und ich würde dann mal sagen... Lass uns immer hier drin den totalen Krieg anfangen. Wenn das überhaupt geht. Speichern wir mal. Und fressen das Zeug hier. Nimm doch mal hier. Nein. Nein. Richtig. Dankeschön. Peng. Na ja, der Überraschungsmoment. Nur ein Wurm wie du würde mir auf die Nieren gehen. Das ist ja schon mal schön, dass ich dir wenigstens irgendwo hingehe. Ach ja, das wird sowas von doof enden. Ich weiß das schon. Die gehen alle rein, die gehen wieder raus. Gut getroffen, Mensch. Ja. Ja. Du bist toll. Wozu hast du jetzt nochmal das Koks genommen? Ja. Genau. Mein Plan geht auf. Perfekt. Teilweise. Keiner kommt rein, weil sie sich nicht trauen. Oder sie uns ihren Weg versperren würden. Und alle anderen sterben. Schreckstisch werden angeschossen. Das ist doch mal praktisch. Oh, doch nicht. Scheiße. Die KI hat dazugelernt. Sie kann einen Raum betreten. Nein. Leckere Bananen, willst du mich verarschen? Wieso redet der in solch einer Situation nur um Bananen? Bananen sind sowas Banales. Wer will denn weglaufen? Ich stehe doch nur hier rum. Chill. Schieß dir ins Knie. Hör mir mal. Hä, wieso wird der denn jetzt getroffen auf einmal? Einfach so, lalala, ich werde getroffen. Hier sind nicht gerade die Hellsten, ne? Och, da ist er kaputt. Nein, nicht ganz, aber ich muss nachhören. Von daher. Zug beenden. Na, geht nochmal nicht mehr. Och, das ist aber schade, ne? Kumpel, Qualmsockel. Wohin willst du, Arschloch? Hast du das gespürt? Nee, eigentlich nicht. Da hat er mir vorbeigelaufen. Oh, jetzt hat er mal getroffen. Das ist super. Ja, renn lieber weg, ist besser. Ich kann dich leider noch nicht mehr treffen. Jetzt erst mal die nähere, die nahstehendste Gefahrenquelle vernichten. Oh, ne neue Gefahrenquelle. Faszinierend. Vielleicht soll ich auf der Entfernung auch mal die Schrotflitte ausprobieren. Ja, das ist so doof mit dem Nachwarn, ne? Die ist da ein bisschen unprachtig. Da verbraucht man so viele Aktionspunkte. Na, auch gehen wir mal nicht mehr. Das ist aber schade. Ich hab noch genug. Wenn nicht, ich hab noch ne Nahkampfwaffe. Ist kein Problem, Jungs. Schau mal. Nummer 1 ist schon mal tot. Hat viel Sinn gemacht, denke ich, seine Aktion. Aber naja, gut. Hättest weglaufen sollen, solange du noch konntest. Dann jetzt wirst du vernichtet. 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 Scheiße, ich bin nachgegangen. Ja, so kann von mir jeder Kampf abgehen. Das ist schön. Warte, machen wir mal einen gezielten Schuss. Komm, ab Kopf. Ja, daneben. Ich wollte mich aber wie ein Sklavenhänder fühlen. Ja, ja. Guck. Unruhe, Stiften, Abschock. Das ist ja gerade ja, ne? Guck, guck. Ach, hast du auch keine Muni mehr? Ach, nein. Das ist aber schade. Bleib doch stehen, wenn du keine Muni mehr hast. Da kann man dich besser töten. Du Muschi. Ach, stirb doch wenigstens. Mein Gott. Das ist so langweilig. Den treff ich doch niemals. Mal den Kampf wenden. Natürlich nicht. Das hat ein Kumpel Qualm sogar dabei. Ein bisschen Muni. Das ist doch praktisch. Ich habe ja einen Trick gelernt hier. Schau mal. Eine Kugel. Uiuiui. Ach, wir haben noch genug. Schätze ich mal. Wir haben Zeit mal die Waffen außerdem. Man hat ja sonst nie Zeit dafür. Man findet man schon mal Zeit dafür. So. Wie gut. 11 Prozent. Das ist ja nicht gerade viel. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aus meiner Deckung soweit raus. Wohin wollt ihr denn alle? Ich dachte, ihr seid so harte Motherfucker. Mein Gott. Nur weil ich mal ein paar Drohngänge schmissen hab. Peng. Ach, Deferpunkte. Was für Expertenliga. Expertenliga. Lieber Liga im Bett dran oder wegrennen oder was? Ihr Witzbolle. Das wird gut tun. Ja, das freut mich. Idioten. Oh, 19. Oh, Mensch. Wir haben ein Gegner in Haus. Mensch, das ist ja... Das ist wahrscheinlich hier der... Der Metzger. Der Metzger von dem Mann. Der freundliche Mann. Macht alle keinen Schaden. Ich finde das so lustig. Ach, komm. Geht doch. So, Kumpel, auszeit. Ich muss mal nachladen. So, weiter geht's. Komm, neben Pimmel. Schade. Warum auch? Ich hab mich zwar geahnt, warum die irgendwie alle keinen Schaden bei mir machen, aber das wurde die mega super Rüstung. Ach komm, jetzt... Du stehst direkt vor ihm, ne? Ich mein, er trifft auch. Zwei ohne Schaden, aber hey. Es ist der Wille, der zählt. Ist mir doch egal. Stell ich auf dich ein. Das ist ja ein Stampback. Scheiße. Weißt du was, dann machen wir das doch mal so und ein Stampback, so sind wir auch mal so vorsichtshalber. Ist ja nicht gerade zu verdöten, aber trotzdem. So, dann stoßen wir dich mal aus dem Mutterleib heraus. Ach nein. Du blöder Penner, du. Ihr seid doch scheiße. Ohne Witz. Ach, wie schön, dass hier alle auf dem Garten sind. Leider muss ich mal ein bisschen davor rennen. Gut getroffen. Gut gebrüllt, Tiger. So, jetzt kommt es hier schon mal keiner raus. Oder vielleicht doch. Weiß man nicht. Hätte ja sein können. Äh, wer ist denn hier der? Der. Metzger ist tot. Nein, ich war doch nur wache. Nein. Ja, du bist die Mühe nicht wert. Du bist ganz was anderes nicht wert. Du bist die Luft, die du atmest, nicht wert. Ach komm, wahrscheinlich bis ich die nicht alle getötet habe, äh. Ist das wahrscheinlich nicht beendet, der Kampf, oder? Äh. Komm, krepier. Du verfehlst. Ja, er ist tot. Es ist auch nur wache. Wo ist ein Butcher? Äh, Metzger. Wie komm ich denn auf Butcher? Ich bin schlecht, aber du bist noch schlechter. Ja, das ist eindeutig. Hey, wer auch mal du bist. Ach, Anführer, der Sklavenhändler, gill. Na, süß, da geht doch. Wusste ich doch, dass Uschi nicht, äh, sich verpisst, sondern stirbt. Und level up, praktisch. Ach komm. Ja gut, solange er sich wehrt, könnten wir ja vielleicht ein bisschen Nahkampf machen. So, Piks, Piks. Ich treffe zwar trotzdem nicht, aber hey, ich kann ihn piksen. Piks. Piks. Wird mich jetzt eigentlich jeder verarschen? Er ist, anscheinend, einer von Metzgerst Leibwächtern. Ja, hat ja nicht so ganz geklappt. Falschen Beruf gewählt. Ja, völlig doppelhaufen. Du hast meine Lunge knapp verfehlt, denke ich. Das ist schön. Nein, du auch denken kannst. Nein, ich will. Danke. Bist du jetzt bald mal tot? Ist doch nicht mehr feierlich. Ach. So ein spannendes Duell hatten wir noch nie. Alter. Ja, jetzt hörst du weg, du blöde Sau. Komm, ich töte dich. Nicht, aber es wäre auf jeden Fall so wert. Ach, du hast keine Money mehr. Ach, komm schon. Ich würde mich jetzt nicht bewegen, weil nachher läuft er doch noch einmal weg. Geht doch. Fast getroffen. Ich hätte mal, die sind auch meine Feinde. Ja. Ich komme raus, anderen weg. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Ja, hatte ja eigentlich fast keinen Sinn. Ja, schau mal. Diesmal hast du gewonnen. Ja, dachte ich mir fast schon. Das macht hier eigentlich eine Menge Spaß gerade. Also, das kann man ja echt nicht anders sagen, dass das echt spassig ist. Ist auch richtig spassig. Da kommt noch der richtige Spaß auf. Ja, rennen halt wieder weg. Yay. Lutsch mir die Möse. Ich mache einen Cut bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020